In einem positiven Arbeitsumfeld, geprägt von Wertschätzung und Toleranz mit flexiblen Arbeitszeitmodellen für eine gute Work-Life-Balance, kann ich den diagnostischen Fortschritt mitgestalten. Wir sind ein Team. Hier im Hämatologielabor in Kiel werden Ergebnisse aus der Forschung in die Patientendiagnostik überführt. Das stellt uns als TAS immer wieder vor Herausforderungen, weil wir als akkreditiertes Labor alle Methoden ausgiebig testen, bevor wir eine Methode freigeben.